2. Meter laufen, 3. Meter meditieren. Meditation. Laufen. Fahrrad suchen. Stopp. Flick, flack, auferdeig. Meditieren. Laufen. Sprit zu mit den Kollegen. Meditieren. Meditieren. Und tippen fragen, wo der Aschenbeck ist. Wo ist der Aschenbeck? Wo ist der Aschenbeck? Wo ist der Aschenbeck? Und meditieren. Halt die Meditation. Ein Synonym. Adjektiv. Kommandeers. Blonde. Ich will eine Katze in meinem Leben. Und den ich esse. Aufzulachen. Das ist kein Zuckerspiel. Das ist lebensdränglich. Ich war mal im Knast, weißt du das? Ich brauche keine Angst mehr. Von wem ist das Handy? Von dir? Das ist doch geil. Doch geil, wenn du es klingelt. Das ist Musik. Ich brauche kein Musik. Bei uns zu existieren. Ich brauche nur Energie. Nachmachen. Nicht schlecht sein, komm her. Sinn. Verbesserungen durfte ich. Lärkt, lärkt, lärkt! Super. Sam. Du entwickelst dich, son. Lärkt, konzentrier dich diesmal, okay? Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Du bist wie eine Schwester. Ich werde emotional. Du brauchst keine Angst haben. Steh du zu deinen Cojones. Du bist wie eine Schwester. Schwester mit Cojones? Du bist wie eine Schwester, die einen Penis hat. Und ich bin stolz darauf. Hä? Meine Schwester hat einen Penis. Meine Schwester hat einen Penis. Egal. Und jetzt mach dein Rat. Du bist wie eine Schwester. War okay. Kann jemand das gleiche Billett? War schlecht! Danke. No, I'm not turning. Kick! 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 That's what I want to see! Not a Rath-Oberschlag! Never again! A Rath-Oberschlag! Training! You should also do a training! Peter, I know I'm sometimes hard to do. But do you understand me, Peter? 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 Just a question. If John Glotkan would make a film with a Hobbit, would you go screaming? Do you understand me? Yes, definitely. And if they have a love scene? I'll ask you again, focus on yourself. And if they have a love scene, would you go to the film? I'm a father for you, I'm a father for you, gell? And if they have a love scene, do you understand me? What if they do? If they do, they have a love scene. If you're겁acağız, you get a love scene. And you make to make that relationship. You see how that aligns with a blade. And I'm just a little bit. You see how that aligns with a blade. And I'm a little bit deeper. And I'll just do that. I'm just a little bit deeper. It's a little bit better. So, let's go in there. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.